...Bobbing und Kaufbeuern, doch wieder gab es nichts zu feiern für den EHC Freiburg. Es war ein Null-Punkte-Wochenende. Also, von wegen, stille Weihnachten, es kracht richtig beim EHC Freiburg. Vorstand, wach auf, der Trainer muss raus. Einige wenige EHC-Fans fordern die Entlassung von Coach Thomas Dollack. Das ist schwer, weil in der letzten Zeit verlegen wir nur noch. Es gibt kein Spiel, wo man vorseite, wenn man könne. Liegt's am Trainer? Ich schon. Stimmen, die nicht spurlos am Trainer vorbeigehen. Gutes Tour, weil ich bin sehr lange in Freiburg gewesen als Spieler und dann als Trainer. Ich versuche, mein Bestes zu tun. Die meisten Fans sehen den Sündenbock für die Misere, aber gar nicht in der Person von Thomas Dollack. Der Trainer kann nichts dafür, wenn die Mannschaft scheiße spielt. Die Mannschaft war gar nicht, so nicht der Trainer. Der EHC Freiburg, derzeit wohl eher der Prügelknabe der Liga. Elf Niederlagen in den letzten 13 Spielen. Das Ziel Playoff-Teilnahme gerät in Gefahr. Tiefpunkt der Misere am vergangenen Freitag. Der EHC Freiburg unterliegt in eigener Halle einem direkten Konkurrenten um die letzten Playoff-Tickets. Schon fast wehrlos geben sich die Wölfe dem EHC Straubing mit 1 zu 6 geschlagen. Saft und kraftlos wirkt der EHC Freiburg. Lässt dabei jegliche Aggressivität vermissen. Selbst Überzahl-Situationen nach Strafzeiten für den Gegner bleiben ungenutzt. Keine Entschuldigung, dass die Mannschaft gegen Straubing nur dezimiert spielen kann. Vier Spieler verletzt, zwei weitere Akteure sind derzeit bei der U20-WM für die deutsche Nationalmannschaft aktiv. Ich denke nicht, dass es nur an der Verletzte liegt, sondern an dem Bestand, was jetzt auf dem Eis steht. Und die zeigen ihr tatsächlich, es können nicht. Es herrscht Verunsicherung. Selbst beim sonst so sicheren Rückhalt Hugo Haas. Trainer Thomas Dollack weiß, was der Mannschaft dringend fehlt. Will man raus aus der Erfolgslosigkeit, muss schnellstens ein sechster Ausländer her. Bislang fehlte dem EHC Freiburg das Geld für die Verpflichtung eines weiteren ausländischen Akteurs. Doch es läuft die Zeit davon. Die Mannschaft schiebt Frust. Die Fans verlieren die Geduld. Eine Situation, die zu eskalieren droht. Wir sind Freiburger und wir nicht. Ja, total beschissen, weil die Mannschaft seit Saisonbeginn auswärts noch scheiße spielt und mittlerweile auch daheim noch scheiße spielt. Und uns Fans noch verarscht. Der EHC Freiburg muss schnell zurück in die Erfolgsspur. Tore wie der Ehrentreffer zum 1 zu 6 gegen Straubing muss es wieder öfters zu bejubeln geben. Sonst verpasst man, wie im Vorjahr, die Qualifikation zu den Playoffs. Viel Arbeit wartet auf Coach Thomas Dollack, der noch Rückendeckung durch den Vorstand genießt. Das Thema Trainer, der steht nicht zur Debatte und der Trainer wird natürlich mit uns zusammen eine Lösung finden, um aus der Misere rauszukommen. Eins ist aber klar, man wird am Erfolg gemessen. Bleiben die Siege aus, werden die Stimmen nach einem Rauswurf des Trainers eventuell doch lauter. Ob unter dem Druck der Fans dann an Coach Thomas Dollack festgehalten wird, darf man jedenfalls stark bezweifeln. Einen Hoffnungsschimmer gibt es jedenfalls jetzt schon für den Trainer des EHC Freiburg, für Thomas Dollack. Denn der Vorstand hat nach dem Spiel gegen Straubing zugesagt, dass nun doch ein sechster Ausländer verpflichtet wird. Und das wird auch höchste Zeit, denn gestern gab es schon wieder eine Niederlage für den EHC Freiburg. Man unterlag beim ESV Kaufbeuren mit 3 zu 6 und die Situation wird schlechter für den EHC Freiburg. Das sieht man beim Blick auf die Tabelle, denn die Wölfe sind nun auf den elften Tabellenplatz abgerutscht. Mit 37 Zählern hat man 5 Punkte Rückstand zu Playoffplatz Nummer 8.